Ohne höheres Prinzip. Man macht den Beweis ein für allemal. Doch in mir lebte der Wunsch, nichts endgültig werden zu lassen. Ich malte den Wind, der sich aus dem Laub erhob. Tröste mich mit wenigen Wörtern, die galten für nichts. Schlief nicht gern neben jemandem, den ich nicht mochte. Ich kam aus ohne höheres Prinzip. Wenn aus grünen Flüssen des Frühjahrs dieg eine feuchte Wolke und die roten Dachziegel im Herbst verglühten, die Landschaft bloß lag, empfindlich wie ein Nerv. Und ich zur Nacht im Taschenspiegel den Mond erkannte. Einfach hinsehen. Einfach hinsehen ohne psychischen Apparat. Du bist auf einmal deiner Angst los. Das alles stimmt ja ohne Kommentar. Es gibt wirklich Anlässe, um beruhigt zu sein. Da sieht man es. Du lebst besser in Augenblicken der eigenen Wahl. Du hast nun die richtige Stimmlage. Du lebst besser in Augenblicken. 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 Vielen Dank.